Willkommen zu einem neuen Let's Talk Part. Heute sind wir im Hintergrund auf GOMMA. Allerdings werde ich dazu nichts kommentieren, denn ich werde das im Nachhinein im Hintergrund aufnehmen, weil ich habe eben schon einen Versuch gestartet und das hat nicht ganz so funktioniert. Denn es gibt viel zu erzählen. Der letzte Let's Talk Part ist ja zwei Wochen her. Und heute, der Let's Talk Part am Samstag, kommt auch um 18 Uhr raus, weil ja schon 14, 16 Uhr ja ein Video kam. Juhu, was ist in den zwei Wochen denn eigentlich passiert, weil ich ja sagte, es ist viel passiert. So, die erste Woche war ganz normal, es war halt ein bisschen stressig, weil durch Klassenarbeiten hier und da, Leistungskontrollen, viel Schule gemacht. Aber nichts Besonderes, ich habe sehr, sehr viel Mario und Luigi aufgenommen. Und ja, das war es dann auch schon so gesehen. Die zweite Woche jetzt eher, die war auf jeden Fall mega geil, aber auch andererseits... Gut, auf jeden Fall habe ich Mario und Luigi nun endgültig aufgenommen. Bedeutet, da ist der letzte Part wirklich jetzt aufgenommen und auch schon auf YouTube hochgeladen. Allerdings noch nicht veröffentlicht. Der letzte Part kommt Mitte Juni dann raus. 49 Part sind es insgesamt geworden. Gerade der letzte Part, könnt ihr euch drauf freuen, ist ein sehr, sehr langer Part. Und dann im Anschluss habe ich sofort, weil ich richtig tolle Bock hatte, Pokémon Schwarz 2 angefangen. Und da dachte ich, zuerst war mein Plan, dass ich Pokémon Schwarz 2 nach Mario und Luigi bringe. Dass ich da jetzt schon mal ein bisschen vorproduziere. Aber ich habe sehr, sehr schnell die Entscheidung gefasst, dass ich Pokémon Schwarz 2 wirklich dann gleich auch hochlade und veröffentliche. Somit kam, glaube ich, einen Tag später oder zwei... Ne, nicht einen Tag später, glaube ich, drei Tage später. Gleich der erste Part auf YouTube, also drei Tage nachdem ich das erste Video aufgenommen habe. Und ich bin momentan so sehr am Pokémon Schwarz 2 suchten. Also ich habe da jetzt auch wieder eine Vorproduktion erlangt. Die ist fern von Gut und Böse. Tut mir so ein bisschen auch leid, weil mir ja auch in den Kommentaren Tipps gegeben werden. Äh, wird, wie auch immer. Äh, und manche kann ich vielleicht dann da noch umsetzen. Manche habe ich schon umgesetzt. Manche kann ich dann aber leider nicht umsetzen, weil ich das einfach zu sehr vorproduziere. Aber ich will das selber auch nicht stoppen, weil wenn ich das jetzt hier so gesehen stoppe, dann fehlt mir irgendwann die Lust, sozusagen. Und daher lieber ein bisschen vorproduzieren für Zeiten, wo ich nicht so aufnehmen kann. Bei Pokémon wird ja auch ein längeres Let's Play wieder. Joa, dann auf jeden Fall kommt bei euch Pokémon auch sehr, 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 sehr gut an. Pokémon Schwarz 2. Äh, das merke ich einerseits in den Kommentaren. Aber andererseits halt auch so ein Indiz, woran ich das halt auch erkenne, sind auch die Likes. Ich bin nicht so einer, der hier wirklich auf Likes geiert, wie auch immer. Ich sage ja auch nicht, hey, wenn euch das Video gefällt, könnt ihr das liken, wie auch immer. Sag ich nicht. Aber dennoch machen es sehr, sehr viele. Auf jeden Fall die ersten zwei Parts von Pokémon. Wow. Aber auch Mario und Luigi kriegt hier und da öfters auch noch mindestens ein Like ab. Von daher wird das anscheinend auch geschaut. Also bin ich momentan sehr, sehr, sehr zufrieden. Allerdings macht mir das halt auch mega viel Spaß. Ich denke mal, das überträgt sich dann auch dementsprechend auf euch. Wenn ich so bedenke, die anderen Let's Plays vor meiner längeren Pause, da hatte ich dann irgendwie irgendwann nicht mehr so richtig den Spaß am Let's Play. Und das hat man dann wahrscheinlich auch gemerkt. Aber jetzt ist ja der Spaß zurück. Ich nehme täglich wirklich viele Parts auf, wenn ich wirklich zeitlich dazu komme. Manchmal komme ich einfach zeitlich nicht dazu. Ist mir jetzt auch schon passiert, aber ja, dann am nächsten Tag dann halt wieder. Jo, und somit läuft jetzt Mario und Luigi und Pokémon Sport 2 gleichzeitig. Wochenende kommen von beiden Let's Plays jeweils ein Part pro Tag. Zum Beispiel Samstag und Sonntag halt dann dementsprechend 14 Uhr Mario und Luigi, 16 Uhr Pokémon und halt heute Samstag, 18 Uhr der Let's Talk. Diese Regelung, wie jetzt am Wochenende, werde ich auch Mittwochs einführen. Bedeutet, Mittwoch kommt dann auch vom Weihnachts Plays in Part. Eigentlich hatte ich das so geplant, dass Pokémon nur Dienstag, Donnerstag, Samstag und Sonntag kommt. Allerdings, weil es halt so gut ankommt. Und weil ihr es so gerne schaut, will ich euch so gesehen auch belohnen, dass ich euch da noch ein paar mehr gebe am Mittwoch um 16 Uhr. Ja, das ist die eine Seite zu meinen Let's Plays. Wie gesagt, macht es sehr viel Spaß. Aber es gibt noch eine andere Seite. Und das ist auch der Grund, warum ich gerade hier auf GOMMA aufnehme und nicht auf unserem Server. Und zwar hatten wir einen Hackerangriff. Genaue Details gebe ich hierzu allerdings nicht. Ich sage nur eins. Es ist wirklich so weit gekommen, dass ich gestern zur Polizei gegangen bin. Und wie gesagt, weil das auch polizeiliche Ermittlungen dann dementsprechend sind, gebe ich dazu keine weiteren Details bekannt. Auf jeden Fall hatten wir einen Hackerangriff. Darum war das Forum für zwei, drei Tage offline. Jetzt ist das Forum inzwischen wieder online. Und der Minecraft-Server ist momentan noch offline. Der wird vielleicht auch noch so ein, zwei Tage brauchen, bis der wieder online ist. Ja, für euch gibt es, wenn ihr halt auf dem Server gezockt habt in den letzten Tagen, so an sich keine Änderungen. Es kann sein, dass das Geld ein paar Tage zurückgesetzt ist. Das kann sein. So an sich die Server, also es wurde zum Beispiel auch Survival oder so nicht zurückgesetzt. Es ist auch nicht der Survival-Server betroffen. Allerdings, ja eigentlich theoretisch, das könnte dann zurückgesetzt sein. Wie gesagt, die Rubine, dann die Points in Skywars. Und sonst, ja, nichts, nicht so viel. Nicht so viel, naja geht das noch. Ja und deswegen bin ich halt gerade hier auf Gamma, weil ich kann jetzt nicht auf meinem Server aufnehmen. Und das hat halt jetzt auch noch die letzten Tage sehr, sehr viel Zeit gekostet, mich um den Server zu kümmern. Dass der dann wieder zum Laufen kommt. Ich habe mich da gestern schon hingesetzt. Und heute dann dementsprechend auch nochmal. Jetzt bin ich eigentlich dabei, hier aufzuräumen, abzuwaschen, wie auch immer. Allerdings, habe ich jetzt so kurz noch Pause gemacht, weil ich hatte irgendwie keinen Bock mehr. Und dachte, ja nehme ich jetzt so kurz das letzte Talk auf und danach räume ich weiter auf. Allerdings muss ich gleich ein bisschen auf Gamma reinschwitzen, dass ihr auch was im Hintergrund sehen könnt. Jo, das war es auf jeden Fall mit meinen zwei letzten Wochen. Dann sehen wir uns beim nächsten Let's Talk oder beim nächsten Let's Play. Stimmt, eins gibt es noch zu sagen. Ich weiß nicht, ob ich das im letzten Let's Talk angesprochen habe. Ich habe einen neuen Twitter-Account. Jetzt auch schon ein paar Wochen. Wenn ihr den noch nicht gesehen habt, in der Videobeschreibung ist der, da seht ihr halt, schreibe ich halt Videos rein, welche da gerade online kommen. Oder wenn es irgendwelche Informationen zu Verspätungen oder Ausfällen gibt, schreibe ich das da auch rein, wenn ich das rechtzeitig weiß. Bis jetzt kam der Fall noch nicht, daher werdet ihr da momentan noch nichts sehen. Oder wenn er halt ein Livestream ist, schreibe ich da vorher auch rein, das habe ich zum Beispiel schon gemacht. Daher es lohnt sich. Gut, dann wünsche ich euch noch einen wunderschönen Tag. Und gutes Gelingen euch. Bye, bye.